Ah, Mann. Da ist einer hochgekommen. Sag doch was, ich kann nicht aufstehen! Kann ich aufstehen? Warum kann ich nicht aufstehen, Mike? Weil du da falsch hängst, Junge. Ach nee, warte, ich hab das dann so lernt. Pechenek! Cleared. Du musst nachladen. Pechenek! Einer kam auf jeden Fall. Pechenek! Oh, ein Tree-Six, die Wappen... Weapon-Change. Ich schieße da mal ein P-Miff da rein. Hast du ihn? Ja. Ich dachte, hier wären mehr drin. Scheiße. Doch, er hat mich doch wieder wohl ihn. Er ist... ...kein... ...Medic. Oh mein Gott! Was geht denn? Pechenek! 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 Granaten! Ich habe Angst alleine mit dir. Hey, ich will auch ein paar Granaten. Warte, okay. Ist auch ins... ...Klode haltet. Was sterbe ich denn immer durch Buddel-Step? Nicht irgendwie bisschen lübig. Von hinten! Na! Zwei Eingänge... ...Hastung. Was wollt ihr denn hier? Hier gibt's nichts. Außer ein paar Tode-Jungs. Du Scheiße. ...Hallo! Schon wieder! Die sind da links! Oh! Ey, ich habe ihn getötet! Geil! Das ist schön. Geil! Gebt mir ein Hallo! Hallo! Gar nicht, wo geht es? Ich bin da! Wo geht hier die Party ab? Oh, hier geht die Party ab! Ey, was kann ich den denn töten? Ich habe Vorrecht auf die Kills. 45! 5, Junge! 13 zu 18. Hast du wieder die Ammo dahin gelegt? Ja, Gott, ey! Nein, da hat er mich mit der Gartenkarte noch erwischt. Oh, Alex steht hier, können weiter schießen und ich bin doof. Wir spielen richtig durch, ne? Fick dich! JA! Niemand kämpft gegen die Petscheneck und gewinnt! Mann, wie viel Leben hat er denn noch? Niemand! Nicht mehr genug. Ich habe ihn genau mit dem Smol in die Fresse geschossen, wie kann er das denn überleben? Niemand! Ich glaube nicht. Und dann habe ich es noch gesehen und... Boah! Boah, ich dachte, ich wollte Alex gerade risen, dann ist er weg und dann werde ich von den Augen gerichtet. Wie mich dieser Scheiß-Born-Schutz aufregt! Schrober! Sterb! Niemand tötet die! Petscheneck! Niemand tötet meine Freunde! Die Petscheneck! Ich bin gestaum, wir leben wieder wundern. Ich hab's gehört und noch nicht mal gespürt, der hat mir noch nicht mal 1% Schaden gedrückt. Weil hier irgendwo einer mit ner Schaden drin ist. Aha, hab den Kill-Claus. Nö, boah, Schiss. Boah, von hinten. F2000 ist voll Nubi. Ich weiß sie auch. Kill-Kill. Gibt's immer noch mit der Petsche, Nick? So. Wie du siehst, ja. Was spielst du die eigentlich? Kann sein, dass wenn ne Waffe komplett leer ist, das länger dauert zum Nachzuladen als wenn die. Ja. Ja, er immer mit seiner F2000. Er tötet mich jedes Mal. Halt deine Fresse. Was? Mit seiner Scheiß-Bau. Der nervt voll. Was ballert ihr auf meine Freunde hier? Was soll dat? Was ist das für ein Dillis? Ich schliff das hier. Ich schliff das hier mit euch. Hm? Ich hab übertrieben das ist, Mann. Ach, Hilfe bei kill 97. Nein, du holst nicht deine F2000 aus. die müssen auch denken dass ich hecke nein was häng ich denn an dem tisch da fest laserpointer oder tag light laserpointer münderungsdämpfer oder schalldämpfer nein was ist das denn für ein camper man alter ist das er hat überlebt ja fängt doch auch ich hatte mal vor allem nicht die geblieben oder ist einer in dem raum wo wir dabei gut die dritte der kommt der kommt der kommt er dort durch erschließt der peter erzielt erzielt er ist im raum er läuft die Tür und er tut niemand geht die Petschen mit einer Petschenik bei der Treppe ist einer mit jetzt werden wir ja auch noch der Kiri geklaut man ja aber Mike ist ja da also kein Ding ne 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 weil ich häufig noch was selbst er holt oh die liegen alle beim Schwimmbad alle beim Schwimmbad die leben alle beide wieder und stehen da immer noch gehen jetzt die Treppe hoch wenn man wird wenn ich lange da käme und scheiß ich bin runtergesprungen runtergesprungen das kann ich nicht wieder so ich wusste nicht dass es darunter geht wenn du jetzt noch mal genau so spielst wie davor hast du 200 zu 40 was ist denn das man ich stehe direkt vor ihnen bitte du bist dumm ja ne oh 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 ich bin nur ein die Umgebnis zu drei Leute ohhh von allen Seiten Mann von allen Seiten und wieder die F2000 die ist doch so scheiße deine Typ für einen Lappen ich bin nur ein äh ich bin nur ein ich bin nur ein ich bin nur ein ich bin nur ein